Wie? 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 Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde! Minecraft, bitte, Kuhbush! Und dem Schnittchen! Chalas! Chalas die Mieterin! Winke, winke! Winke, Stinke, Finke! Ja komm mir jetzt nicht zu nah, sonst gibt's wieder Haue! Krieg ich wieder ein auf die Moppe! Richtig! Ähm, was machen wir denn heute? Na du machst Dach! Wir reißen wieder alles ab! Genau! Nein, ich setze jetzt erstmal Druckplatten! Wenn man das hier tierisch auf den Sack geht! Warte mal! Ich brauche hier mein Glas! Und dann mach ich mal Fenster! Die Hanne Schwalese! Wie hieß du? Supi! So, jetzt werde ich hier oben Druckplatten, glaube ich... Soll ich oben auch noch welche? Ne, oben braucht man nicht, ne? Ähm, beim Balkon meinst du? Ja, brauchen wir nicht! Hm... So, warte, ich hab einmal... Ich setze dir dann auch direkt mal die Druckplatten hier rein! Ja, mach mal! Ja, mach mal! Denn mir fehlt da hinten noch ne Tür! Wieso fehlt dir noch ne Tür? Weil ich, ähm, keine Tür hatte! Ähm, ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab keine mehr! Das ist nicht schlimm! Ich werd noch eine holen! Ähm, du brauchst da keine Druckplatte hinzumachen, sonst hab ich ein Problem mit der Tür! Ja, ich mach ja nichts! Muss ich mal alles abfriemeln oder dran! Ja, ich geh jetzt erst mal drum und dran! Was? Ab und dran und überhaupt! Nein, brauchst du doch gar nicht! Nein, brauchst du nicht! Ach so, äh... Ja, ne, ist klar! Ey, lauber nicht! Nein, nein! Ne, da sowieso nicht! Ähm... Doch, in einer Tour! Äh, ich hab ein Problem! Ähm, welches? Warte mal, ja, ich hab hier wirklich ein Problem! Ja, welches? Äh, ich hab hier... Lass mich doch nicht dumm sterben! Ich glaub ich hab falsch gebaut! Äh, äh... Echt jetzt? Ja, ich glaub schon! Oh scheiße! Das ist problematisch! Ja, ich muss erst mal gucken! Guck mal, ich hab noch gar keine Zwischenwände! Haha, lustig! Ähm... Nein, hab ich nicht, aber... Ich muss mich mal hier hochbauen! Irgendwie, sonst komm ich hier total neulander! Ich guck an! Das sind 1, 2, 3... Ah, was ist das denn? Ich komm hier nicht mehr hoch! 1, 2, 3... Alter, was ist denn das hier? Oh, hier kann ich seitlich gar kein Fenster machen! Das heißt, die armen Leute haben nur nach vorne! Okay, den lass ich hier als... Hä? Ja, das ist nur nicht schlimm! Arme Leute! Ja, das ist ja auch hier die arme Leute-Siedlung! Haha! Okay! Wenn du das sagst... Oh! Oh! So, da... Ach nee, stimmt! 1, 2, 3... So, das hab ich schön gebaut hier! Eigenlob stinkt! Ich weiß! Mann, ne, was tut das hier stinkender? Alter! Ehrlich? 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 Was hast du gemacht? Ich nicht! Ach, du nicht! Ne, du lobst dich doch selber! Ja! So, was wollte ich denn jetzt? Mach ich weiter nach oben oder mach ich zwischenwende? Oder mach ich beides? Ne, warte, ich hol mir mal eben erst ne Tür! So! Ich mach jetzt erstmal Dächer! Dächer! Warte, warte mal, hab ich noch... So,cer! Thema Dächer! Ah nein, du einmal Tön gemacht! Warte, warte mal, ich baue das mal hier ab, das gefällt mir nicht! So, tschö! Tschö! Oh, scheiße! Ich hab wieder, ich hab mich wieder verbaut! Oh... Tja! Weil man alt wird, ich war ja nicht gut! Ja, dann sieht man das alles nicht mehr so gut! Ne, ne, So! Das ist echt traurig! Sei leise jetzt! organise soon! Just so! darum so selber so jetzt mal gespannt also ich glaube wir brauchen dringend holz das ist durchaus möglich ja doch du hast recht ich brauche auch holz du brauchst auch holz ja obwohl so groß wären die dächer hier gar nicht ich habe gedacht oder ich habe damit gerechnet was mache ich denn heute hier ich drücke mich auf den falschen Knopf das nennt man scheiße bauen ja ich baue scheiße ja ich wollte schon immer mal in minecraft hause aus scheiße bauen nee so meine ich das nicht ist egal ist egal ich komme mit den tasten durcheinander heute ja das habe ich auch das öfter ich habe heute mit den tasten wie lustig was denn ich habe irgendwie hallo die blumen hier spinnen ich habe die blumen abgebaut und irgendwie kann ich die nicht und irgendwie kannst du was nicht die nicht aufnehmen die wollen mich verarschen ehrlich ja ist das nicht nur rotzigkeit von den böse blumen böse blumen guck mal von unten schau mal ich habe das erste dach fertig ähm oha oha oho das sieht ja richtig cool aus gut ist das gut ich muss mal selber runter kommen guck mal cool von mit dem stein dazwischen ist das gut ja da könntest du vorne an dem stein noch eine fackel dran pinn weißt du was ich mein tue ja ich weiß was du mein tust könntest du musst du nicht können die spielerei ich weiß die folge spielerei ja ich äh ich weiß noch was wir machen aber das ist eine gute idee dass ich guck mal ob ich deine fackeln bleibt mal da unten stehen ja äh ja ich kann sie mal eben gucken ich guck mal ob ich vom balkon hier dran komme hallo wirklich so ich habe jetzt meiner meinung nach dem weg hier optimiert ich bräuchte das passt nicht da komme ich nicht dran nee nee da muss ich hoch brauchen das mache ich dann später ok oder ich guck mal ob ich das gleich vielleicht die fackeln hier das fackeln für die treppe hier vorne wo denn wo bist du denn ich latsch grad zum lagerhaus ich suche holz eichenholz stufen das hast du aber hinten in den truhen ist noch gar nichts schön schön bitteschön das freut mich so und so das ging mir auf den seck du musst immer da irgendwie rum ich hab zwei eichensetzlinge wer braucht denn die was eichensetzlinge die braucht kein mensch sag mal wo haben wir den crafting table ach so dahinten ja ich muss mir noch eben schnell ein paar hinter der der ne so weiße ich habe jetzt noch 28 und dann mache ich mir noch warte was haben wir denn alles für setzlinge hier ist ja voll lustig ich mach mal schnell noch wo ich mach doch immer schnell das dach wird ja ich hätte noch drei ach so ne falltüren brauchst du falltüren was ne ich hab auch gar keinen platz ich brauche keine falltüren ich muss jetzt erst mal dach bauen die tage gibt es denn so war halt hören warte mal hast du falltüren gesagt eben habe ich das gesagt ja ich glaube das habe ich aus welche ich habe aber nur drei hier gefunden ja nimm mit ok was ersetze ich was du willst dich setzen nein ersetzen ach so weil ich hab nicht genug Platz äh du hast nicht genug Platz hab ich nicht scheiße warum ich hab mich also so schlimm ist das jetzt nicht dass ich nicht genug Platz habe so ich komme denn da mal ganz brav mit den falltüren eingedackelt ja das finde ich super ja und ich komme nicht an mich dran weil du da ganz oben bist so ich werde dann mal eben mein inventar leeren machen sie das junge dame machen sie das ja ich muss mich weit leere ich brauche er ich hab erde so dann gehe ich jetzt mal so die ein oder andere agazia abholz mir fällen in fort und fort mit das ist eine sehr gute idee ja ach ja aber du hast ja nur gute idee entschuldige nicht wahr konnte ich das nur so was erwartest du von einer schnitte also bitte hahaha das hast du es aber gerne das war ja das ist ja auch heute morgen wir hier reimen vom feinsten ja warum dieser baum hier nicht so wie ich das will wieso denn ich will ja das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen ich muss mal gucken da ist noch holz drin ja aber sprach so gerne um mich hoch zu basteln du brauchst erde um dich hoch zu basteln ja könnte vergessen gebett nicht ich habe selber edge ok doch wenn du so böse zu mir was ich bin überhaupt nicht böse zu dir in die küche nicht hast du gesagt so gut in die grüße nicht geht doch nach hause ja bin ich doch denn die wanders zu hause hin noch einsatz legen die siehre die siehre und nun habe ich die hier schon abgeholt auch wie sie ist eine schwarze Musik die hat mich da von der Seite angemacht für gewünschte Gedanken und soll das jetzt bitte schon heißen aber sicher voll lustig aus guck mal von hinten das Prozent ist einfach nur um die Sonnen Steinklotz die hatte ich ja noch nicht fertig die deine Häuser brauchen noch ein paar Fensterchen jetzt bleibt er mal entspannt ich kann noch nicht hexten könnt ihr gerne vorstellen wie entspannt ich das möchte ich mir auch gar nicht vorstellen ich habe mich gerade entspannt ja scheiße ich komme hier nicht weiter so jetzt werde ich Türen basteln können wieso kannst du jetzt Türen ach du hast ja Akazienholz geklaut ich habe Holz gemacht so ich habe nichts mehr nein ich habe keine Stufen mehr zumindest schon mal die Eingangstür hätte ich ganz gerne ja ja cool weil sonst ja das sieht halt eben so so nach Tag der offenen Tür aus ja 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 das tut nicht nur nee nee das tut so ich mag Türen nicht und ich glaube das beruht auf Gegenseitigkeit jedes mal wenn ich so eine Kacktür setze will die nicht dahin wo ich das will tja da würde ich dir hast du noch eine Druckplatte Schätzelein ja klar habe ich noch eine Druckplatte für dich pass auf du gibst mir eine Druckplatte und ich gebe deine V-Türen da ist die Druckplatte das war meine letzte ja ich weiß es zu würdigen das finde ich super herzlichen Dank herzlichen bitteschön so jetzt mache ich ihm das Dach aber noch fertig ich mache das Dach fertig ich mache das Dach fertig ich mache oben drauf die Etage denn dann fertig okay wenn ich dann hochkomme so ich mache das Dach und dann werde ich mal eben noch schnell die Fenster dann in Ordnung eigentlich habe ich mir überlegt sich stehen zu lassen recht zu mir bist dann muss ich mir das anders ich hoffe dass ich mit dem Dings hinkommen aber da den Baum muss ich auch das bereichen muss ich nur wegsemmeln sonst passt das nicht und hier und hier die die Akkazier hier die man sich auch mal eben futsch die 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 dämmel ich glaube ich habe eine andere verboten voll geile Mucke also ok ich glaube das Haus hat ein anderes Maß hier das kann durchaus sein nee das hat es nicht hat es nicht doch hat es egal jetzt ich weiß es noch nicht hat es das war das andere ging nicht ganz zu ich verstehe das nicht jetzt muss ich erst mal gucken irgendwie ist das hier ganz komisch ich muss mal runterkommen naja ich meine ich glaube das liegt am bauherrn heute klappe so ich hätte dann noch ein bisschen mehr holz wieso so auf wiedersehen baum da habe ich 1 1 2 3 1 2 3 so um die ecke zu kommen ist gar nicht mal so leicht ich möchte mal gucken hier habe ich von der in der mitte von der mitte von der tür müsste da müsste das was hast du denn eingestellt ich weiß es nicht das passt hier nicht von den maßen irgendwie das passt vorne und hinten nicht weil da müsste jetzt eigentlich eigentlich also 1 2 3 1 2 3 genau dann kommt ich muss mal eben reparieren das stimmt hier alles nicht so ganz ich gucke mir das mal eben von hier oben an ja guck mal deine mitte über der tür ja komm doch mal rüber kommen da mal rüber mann so hier wo denn ja hier käme dann ja der dachfürst nicht genau also die mitte kommt aber nicht höher ne das ist die selbe höhe müsste ich jetzt einfach kann das sein dass es nee nee warte mal das sind ja die augenblick so so müsste das warte 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 ach guck mal hier das haus da ist ein tiefer ja den habe ich an der seite den hast du außen hingesetzt ne so dass die schlaue schnittesicht immer ankicken war eigentlich müsste das passen ja ich habe irgendwas falsch gebaut weil genau über der tür müsste das sein das haus ist gleich breit wie die andere seite 123 tür ich verstehe das hier im moment gar nicht 4 5 6 7 8 das ist 8 breit ja ja ein zu breit ist das ja hier die seite links hier nein links hier ja genau die seite weg ne ja ganz weg ja ganz weg und sonst dir besser gehen als mir das ist also muss ich das hier ja komplett weg zimmern das ist korrekt das freut mich aber ungemein das freut mich aber ungemein das ist ja richtig scheiße ober kacka ja so wo bist du denn hier oben habe ich die richtige höhe das weiß ich gehe mal auf dem balkon ja ich muss auch hier sowieso noch neu machen wegen wegen bei balkon und das weiß ich gar nicht ich habe keine ahnung wie hoch ich das hier gebaut habe ist das 1 zu weit warte 1 also bis hierhin 1 2 3 4 hoch 5 warte warte 5 5 6 7 8 8 hoch von aber ohne boden vom boden aus also von hier aus warte ich ziehe mal eben 1 2 3 4 5 6 7 8 ja stimmt ja warte ich mach mal eben mit erde hoch das sieht von mir auch so komisch aus 1 2 3 4 5 6 7 8 ja passt doch ok tschüss bin wir weg ich danke dir ich bitte dich so ich muss mal eben mein haus zusammen die löcher für die fenster die mal später ne und vom balkon beziehungsweise die tür ja 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 scheiße ich muss ja alles neu bauen ja das ist mir auch schon passiert das ist doof ja das passiert nobody is perfect yes that's it you are nobody and i'm perfect ja blablabla blablabla richtig blablabla so jetzt muss ich das hier wegreißen so so und dann kommen die hier hin ich glaube wir sollten mal eine pause einlegen ja ich will das eben hier neu konstruieren das regt mich auf ich bin wieder mal nicht so weit gekommen wie ich mir das vorgenommen habe ja ich auch nicht könnte schon fertig sein aber ich musste ja auch holzen was musstest du abholzen und die treppe habe ich neu gemacht leck mich doch hier ne heute ist der wurm drin da holzwurm oder steinwurm äh steinwurm oh bei mir ist auch ein wurm mein stein ist alle so jetzt ist das haus auf der richtigen breite sehr schön jetzt habe ich da oben ein loch super geil da stehe ich drauf ich sag jetzt besser nix so warte ich mach das eben noch schnell fertig und dann machen wir ein päuschen ja eben schnell ja eben schnell ja mach das mach dich nicht immer lustig ja nein mach ich doch gar nicht ich finde das nicht mehr gut ne das ist gar nicht witzig hast du es jemals gut gefunden nicht wirklich ne siehst du so jetzt aber warte hey cool guck mal den Baum könnte ich eigentlich lassen dann wächst der Baum auf dem Haus das Problem ist nur dann passt kein Dach drauf also muss die Eiche weichen die Eiche muss weichen Reichtdach aber erst später wenn ich die Rückwand fettig habe dann muss ich ja noch ähm von dem Brückenpfeiler was wegnehmen ja weil dann ist das ja integriert weißt du hups ist voll integriert richtig Integration konkret krass cool total aber sowas von total toll jetzt habe ich mich hier habe ich habe ich habe ich nicht aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt 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 fertig so jetzt gehe ich ihm schneller und meine Sachen einsammeln blut 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 dann müssen wir nur gucken wie war das dann hier mit dem Brückenpfeiler später mit dem Dach machen ja 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 du mich auch doch das ging ja das sieht total komisch aus jetzt aber es ist richtig na das ist doch mal was aber es ist zu hoch ich muss glaube ich ein tiefer gehen da ja egal wir machen das dann Schnittchen ist wieder abgestürzt hervorragend damit würde ich sagen beenden wir auch die heutige Folge ja ich glaube das ist besser weil das Schnittchen wieder voll abgekackelt ist okay dann würde ich sagen wir bedanken uns ganz herzlich fürs zuschauen das tun wir wir sehen uns dann in der nächsten Folge Minecraft wieder bis dahin bis dahin tschaui bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020